Äh, ja. Ich hab jetzt eigentlich mal nur aus gut Glück an das Telefon gegangen. Das sah irgendwie so wichtig aus. Hm. Honolulu, Berlin, New York, London. Wie viel Uhr ist es denn gerade hier so in Deutschland? Wow, Mittagszeit. Geil. Äh, okay. Ah, ja. Ich hab's hier begriffen. Ich muss mich jetzt um dich kümmern. Ist ja schon klar. Meine Fresse, immer so aufmerksamkeitsgeil. Hm, überachte mich. Ah, da unten ist wieder ein MG. Das bedeutet doch wieder, ich muss irgendwas niedermachen. Das finde ich aber sehr sozial. Kann ich mich hier erst nochmal umgucken? Kann ich. Tatsache. Uh, Heilung. Schöne, süße Heilung. Äh, ja. Ja. Ich schätze mal, sobald ich die Tür aufmache, muss ich auf irgendwas schießen, oder? Irgendwie hab ich so die Vermutung. Oder muss ich jetzt auf dieses Munitionslager ballern, damit was aufgeht? Lass mal gucken. Nö, da auch nicht. Da auch nicht. Ah, scheint so. Ah, Dreck-Säcke. Na, komm, friss das. Ah, 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 ah. Kleiner Mistkerl. Hohohoho. Sammeln hab ich nicht. Ah, Licht bringt ja einen Scheißdreck. Find ich aber nett, dass ich das... Sohohohohohohoho. Ach, du liebe Zeit. Ihr verschwendet auch keine Zeit mehr, ha? Das find ich aber nicht nett. Oh, ja, klar. Hasst mich nur von allen Seiten. Dann könntet ihr mir aber auch mal ein bisschen mehr Leben hinstellen. Alter, ernsthaft. Find ich nicht nett. Boah, ach. Wer soll denn das schaffen? Oh, ja, natürlich. Jetzt fang ich schon wieder hier an. Mal ganz ernsthaft. Ich setz mir dann gleich einen Safe-State. So, weg mit euch. Ah, 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 ah. Ei, 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 ei. Euch geht's doch zu gut. Wo rennt denn der jetzt hin? Hä? Wo will der hin? Ich kapier's nicht. Nimmt der jetzt erstmal ein schönes Bart, oder? Der rennt auch weg? Hä? Ich kapier's nicht. Wo wollt ihr hin, Jungs? Und warum hab ich den so schnell platt gemacht? Hm. Ah, ah. Ihr wolltet ein Bart nehmen, hä? Hat aber nicht so geklappt. Also... Er hat das Feuer zu sehr gemocht. Er hat Malcolm mit ihm genommen. Geh mit uns jetzt. Er hat das Feuer also zu sehr gemocht. Wo ist es, Bond? Ich will dich auf! Okay, wenn ich jetzt diesen kleinen Drecksack irgendwann mal erwische, dann lese ich die Leviten. Äh, meine Güte. Jetzt darf ich ja schon wieder lang rennen. Also ganz ehrlich, ich setze mir dann gleich einen Safe State, bevor ich da runter gehe. Was heißt hier Safe State? Ich speichere einfach mal ab. Ist ja eine vorgegebene Option hier. Ist nicht so wie bei Emulator-Spielen. Hier kannst du speichern. Ein bisschen Heilung oder... Ne, Moment, Heilung? Gab's hier Heilung? Jetzt hab ich schon wieder vergessen. So, das hier, das hier. Sprengstoff. Ach stimmt, ja, TNT hab ich ja auch noch. So. Ich weiß ja auch mal ganz gern, wo der Idiot hinkgerannt ist. So. Ich mach mir jetzt hier einen Speicherstand. Weil das ist mir jetzt so blöd, jedes Mal wieder da hoch zu krabbeln und diese Tussi-Quatschen zu hören. Ach, ihr versteht, was ich meine. So, erst mal ein bisschen auftanken. So. Kann ich mit diesem Fahrstuhl fahren? Okay, warum kann ich da nicht mal reinspringen? Ich begreif das nicht. Hä, salzarm. Wasserpfütze. Pfützen, Pfützen mag ich sehr. Ähm, Moment. Sprengstoff. Ab und zu ist Sprengstoff ganz praktisch. So. Moment, ich hab jetzt so die verrückte Idee. Ich renne jetzt einfach blind links durch dieses Loch durch. Und ignoriere ganz eisern, dass hier irgendwelche Monster hocken. Ich kann rennen. Ich kann meinen Kopf verdrehen. Knack. Habe ich ihn jetzt gerade umgebracht, oder? Hey, du! Du musst mich hier rausziehen. Äh, ja, klar. Die ganze Zeit plage ich mich hier ab. Ähm, kann ich dich befreien? Du musst diese Wand nicht befreien, ohne mich zu töten. Äh, ich soll jetzt also diese Wand wegbomben, oder? Klappt irgendwie nicht. Äh, ich bin sorry, dass du deinen Arsch ablösen kannst. Jetzt komm mich hier raus. Äh, ja, wie soll ich dich jetzt rausholen? Äh, Moment. Stein, kann ich das vielleicht zerschlagen? Äh. Mal überlegen. Äh. Muss ich vielleicht einmal drumherum gehen? Ich weiß ja nicht, wie ich dich befreien soll, Junge. Oh, du, 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 du. Ach. Einer von der ganz miesen Sorte. Ach, komm schon her. Oh, du, du. Oh, warum hab ich jetzt Sprengstoff geworfen? Bist du bescheuert? Gibt's ja nicht. Okay. Ich schmeiß jetzt wie ein Bekloppter. Oh, oh, oh. Ja, klar, bring mich selbst um. Ne, warum nicht? Äh, warum ist der jetzt tot? Ich kapier's nicht. Ach so, äh, ja. Ja, wie er schon sagt, ich kann das Ding nicht zerdeppern, ohne dass ich ihn umbringe. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie ich den retten soll, ohne dass ich da jetzt ums Karree rumrenne. Oh, du, du, du. Haha, du mich auch. So, äh, ich hoffe, ich krieg hier mal wieder irgendwo Heilung. Nachdem ich mich, äh, so zerstückelt habe. Moment. Komme ich hier hoch? Kann ich hier irgendwo hochklettern? Warte mal. Aha. Ist das vielleicht der Weg zu dem Kerl? Ah, zumindest Vorrede krieg ich hier. Das ist doch schon mal sehr sozial. Danke. Äh, no, oder? Muss ich jetzt da rauf? Äh, sieht beides irgendwie nach einem Weg aus. Nee, ich muss hier lang. Nee, 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 nee. Ich muss da lang. Ja. Ich glaube, so kann ich den Kerl retten. Er ist zwar ein bisschen Hirn amputiert. Ja, aber, hm. Er könnte mir helfen. Könnte er vielleicht. Hoffe ich. Oh Gott, wie ich das hoffe. Am Ende mutiert er, macht Bäh. Ich habe dich verarscht und, ja, will mich opfern. Oh, da, 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 da. Ha, 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 ha. Hallo. Hoi, den kenne ich doch. Hi, der Witzker. Ach, nö, nicht noch einer. Ja, wusste ich's doch. Hallo. Ich mag keine, äh, Presswurst und auch keine Rouladen. Meine Güte. Ah, hier ist der eine abgefackelt worden. Äh, muss ich dann hier längs, oder? Ah, ich höre einen Vollidioten. Oh, du, 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 du. Ja, ist klar. Puh. So, ein bisschen am Rand halten. So, wenn man am Rand geht, hat man's wenigstens gut. Okay. Äh, ich muss also hier hoch. Gut. Wir haben hier aber nicht aneinander, dass das so weit oben stand. Seltsame Sachen passieren hier. Oh mein Gott, was passiert hier nur? Äh, bipp. Niedlich. Ähm, mm, mm, mm. Wo will ich lang? Ich will hier lang. Ja, ganz spontan will ich hier lang. Ähm, mm, mm. Ähm, mm. Will der etwa mit mir kuscheln, oder? Oh, was ist jetzt los? Oh, was ist jetzt los? So, einmal das hier. Einmal das. So. Hm. Abdrehen. Ich hab, oh, oh. Hier läuft alles voll. Scheiße. Oh, oh. Kann ich das hier irgendwie löschen? Komm ich da rein, oder? Okay. Äh, ja, ich hab keine Ahnung, was ich hier genau tun soll. Ähm, ah. Ja, ähm, Moment. Kisten, wo ich verschieben kann? Ah. Ja, kann ich das überspringen? Moment. Ich will mal schauen. Einmal so rum. Dann drehen wir hier mal die Dinger ab. Erstmal alle Ecken abgrasen. So, das ist doch schon mal ganz gut. Äh. Hier sind aber viele, viele, viele Ecken. Sehr viele Ecken. Das wäre mir nicht gefallen. Ah. Heilung. Äh, blöde Frage. Der mag nicht doch irgendwie, oder? Warum zur Hölle will der mir dann? Ah. Äh. Oh, 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 oh. I'm here in the basement of the Lighthouse for a reason. Warum? Ich dachte, du magst mich. Komm schon. Sei nett zu mir. Ja, ja, komm, überspring das. Ich hab's eilig. So, einmal hierhin. Ich hab keine Ahnung, ob mir das jetzt was bringt oder sonst irgendwas. Ich hab's eilig. Ich hab's eilig. Ich hab's eilig. Ich hab's eilig. Puh. So, das hier sprengt das hier. Ah ja. Gut zu wissen. Und das hier. Aha. Ich werde überleben, hoffentlich. Wie viel muss ich denn hier noch dicht machen? Das eine Ding. Komm schon. Äh, ja, was immer mir das bringen soll. Ich kurbel hier wie ein Hirnambutierter, äh. Und was hab ich davon? Nichts. Tolle Aktion. Ah, hier ist hier ein Reins. Puh. Äh, Junge. Ernsthaft. Mach mir keine Angst. Warum? Ich liebe die Geschichte auf Karnate. Warum? Hm. Ja, ich dreh wie ein Blöder. Aber was bringt ihr das? Ach so, das ist Luft. Ah. Moment, Moment, Moment. Hm. Ich bin jetzt gerade ein bisschen schweigsamer, weil ich habe jetzt gerade keine Ahnung, was ich hier genau machen soll. Ah, hier kommt auch noch Zeug raus. Mal schauen. Muss ich denn irgendwie davor locken? Ja, dein Gras ist grün. Ja, dein Gras ist grün. Ich hab's begriffen. So. Aha. So. Ich lösche dich ein bisschen. Okay, und was hast du jetzt davon? Äh, äh, was hast du jetzt davon? Ja, ähm, ich weh den jetzt alle Nase lang da rein, aber was hab ich davon? Most people find a job, so they can live. Oh. Hm. Oh, 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 oh. Jetzt fängt er schon wieder damit an. Das finde ich nicht sozial von dir. Absolut nicht. Hm. Es waren sicherlich genug Leute, die bezahlten, was ich geben konnte. Und sie mussten mir einfach gebracht werden. Seltsam. Ah. Ich habe es alles benutzt. Elektrische Knochen, die Römer, die Römer, die Römer. Aha. Aber Gas. Ach so, ich muss dich dazu bringen, erstmal hier hinzustehen. Es ist so eine Pürheit zu haben. Nee, Moment. Komm, tauch nochmal bitte hier auf. Sei so freundlich. Nee, nee, komm. Hier, her. Beifuß. Beifuß. Komm her. Sei brav. Tauch vor mir auf. Na, wie lang dauert's? Irgendwann taucht er vor mir auf. Ich sehe es kommen. Aha. Hab dich. Hab ich es geschafft? War es das, was ich tun sollte? Äh, nö. Oder? Äh. Okay, ich habe wirklich keine Ahnung, was ich hier machen soll. Hm. Wohoho. Na, okay. Tolle Aktion. Also ich glaube, ich muss ihn wirklich da irgendwie reinbringen, aber wozu? Hm, nochmal. Hm. Sich dann jedes Mal dieses Geschwalle von ihm anhören. Das ist doch schön. So, weg damit. Der muss runter. Also im Prinzip muss ich ihm jetzt alle Wege abschneiden, sich hier irgendwie breit zu machen mit dem Zeug. Aber gibt's ja irgendwo einen Weg, wo ich noch nicht begriffen habe, den ich benutzen könnte? Oder ähnliches? Äh. Scheiße. Nur ein bisschen Luft machen. Ah, hier muss ich auch noch drehen. Okay, so weit, so gut. Ah, nochmal ein bisschen Heilung. Äh. Ah, den habe ich ganz vergessen. Ups. So. Ich hoffe mal, das hat jetzt ein bisschen geholfen. Ich liebe die Geschichte von Carnate. So. Hm. Ja, und was muss ich jetzt machen? Ich glaube kaum, dass ich denen mit Beschuss irgendwie was antun kann. Hm. Ah, Weg eingestürzt, das finde ich ja mal sehr unsozial. Ich dachte, dass Leute es sehen müssen. Ich sehe es. Irgendwo hochklettern kann ich auch nicht. Ja, dein Gas ist grün. Ich habe es begriffen. So, machen wir mal wieder auf. Äh, ja. Äh, ja. Ähm, ich weiß gerade echt nicht, was ich sagen soll. Ich habe keine Ahnung, was der Typ von mir möchte. Äh. Ja. Muss ich jetzt einfach auf dich draufballern, oder? Es war nie genug, also ich habe meine Involvement in das nächste Level. Hm. Ich setze mich in die Schammer. Aber ich habe nicht sterben. Nicht genau. Bäh. Komm, stell dich wieder davor. Die meisten Leute finden einen Job, damit sie leben können. Ich lebe für meinen Job. Okay, ich habe echt keine Ahnung, was sie hier machen soll mit dem Kerl. Ähm, wir machen das immer ganz einfach. Ähm, wir machen das beim nächsten Mal wieder. War mal wieder keine sehr lange Aufnahme, aber hey, wir sind mal wieder ein bisschen weitergekommen. Na, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. So, und hier muss ich jetzt erst noch mal das hier so. Tschö, tschö.